so meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wie ihr seht wir haben einen neuen auflieger hinten dran wir haben den hier in budapest aufnehmen dürfen sozusagen der gero ist stehen geblieben da habe ich den anruf bekommen von der dispo dass wir den hier aufnehmen müssen wir waren ja beim letzten mal in klagenfurt und bin dann solo mit der zugmaschine weitergefahren hierher und dieses wahnsinns ding bereits gestern abend noch dann aufgesattelt und jetzt geht es zum laden zum ladehof ich würde sagen wir springen mal rein in unser gefährt dann blinker brauchen wir nicht mehr nehmen sie raus dann ziehen wir hier wo wir zum schlafen stehen geblieben sind ja demnächst rechts abbiegen biege nach rechts ab wir haben es ja nicht weit bis zur ladestelle für sechs uhr bin ich angemeldet wenn ich jetzt den route advisor einschalte dass wir sehen wie spät es ist dann schaut das relativ klobiger aus nach wie vor noch ihr kennt das ja da müssen wir links raus wir haben sie jetzt fünf uhr 34 für sechs uhr bin ich angemeldet hier zum laden sind etwas früher vielleicht geht ja schon was den warten wir noch ab da den burschen schalten wir wieder aus es ist vorbei ja dann melden wir uns mal bei denen im system an und zwar bekommen wir diese melonen nach dnipro der ukraine nehmen wir an und ich bekomme da aufs navi die mitteilung dass wir dass wir da schon ran fahren dürfen und zwar beim tor 3 4 dann ziehen wir die mutter da mal rum und zwar aus einem einfachen grund den ich euch gleich noch erkläre der frage ich aber gleich wenn ich jetzt der bursche da mit der gelenkten hinterachse da rappelt im karton ja passt bei nahe gar nicht so schlecht so zack 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 alles gut warum funktioniert es jetzt plötzlich und gestern bei der ersten aufnahme funktioniert es nicht es ist ganz einfach wir schauen uns das vielleicht ganz kurz von außen an vielleicht fehlt hier irgendwem auf ich habe da was gehen dort und zwar ich habe die die giga space kabine drauf und nicht die big space wobei mir die big space besser gefällt grundsätzlich von der optik ja wobei ist auch in ordnung aber bei der big space funktionieren die animationen noch nicht es ist jetzt heute sonntag der zwölfte der liebe danny von dieser mp5 crew hat eben gesagt die animationen werden danach gezogen bei der big space funktionieren eben momentan noch nicht das ist der hintergrund darum habe ich den jetzt noch mal umgebaut sozusagen und da wo ich noch nicht sicher bin das ist ob ich die low deck variante lasse die mir zwar persönlich optisch viel viel besser gefallen würde sagen wir es mal so aber wenn ich ständig irgendwo auf sitze dann ist die wieder ganz ganz schnell weg auch das war's die burschen haben geladen wir schauen noch mal kurz auf die uhr wir haben es jetzt 6 32 bombastisch so 6 6.30 sagen wir jetzt mal abfahrt das heißt schauen auf die card 6 32 wenn wir heute bis da fahren wir wieder über dieses ternopil da waren wir schon brauche ich nicht schon wieder wenn wir da rüber fahren scherkasi sind wir bereits gefahren sind wir bereits gefahren aber da waren wir noch nicht naja gut wenn wir unten rüber fahren da waren wir auch schon könnten aber da unten rum fahren dann schaut die wieder anders aus oder so und ihr habt es gesehen jetzt durch dieses wegpunkt setzen haben wir bis zu diesem wegpunkt 14 stunden und 30 minuten das heißt wir müssen uns da korrigieren 10 stunden 37 geht sich mit der fahrzeit noch nicht hundertprozentig aus schaut das wenn wir heute 10 erziehen dann wären wir in etwa dort wenn wir da stehen bleiben haben wir neun stunden das passt perfekt neun stunden vorzeit freunde das geben wir uns das heißt wir springen rein in unsere gute stube und auf geht's ich bin wirklich gespannt wie es mit dem lowdeck wie es sich da verhält eins dazu ist viel zu laut funktioniert tadellos ja grafikeinstellung habe ich auch noch mal leicht korrigiert ssao etc und so weiter ihr wisst schon jetzt haben wir ein bisschen zurückgesetzt auf mittel schauen wir mal wie es heute aussieht von den fps einbrüchen etc und so weiter nein bleiben wir stehen also von dem her von dem her glaube ich jetzt mal ist alles soweit gut bin gespannt auf die gesamte performance klarerweise aber da lassen wir uns überraschen was da der tag bringt dieser dieser tour mit diesem mccary trailer hinten drauf ursprünglich hat es ja in dem gespräch mit dem schack jetzt wieder gut im schack geheißen österreich schweiz umliegende länder da sind wir jetzt mit der ukraine schon etwas weiter weg aber gut es ist einfach so kein problem ja wir haben heute die heiße rote phase das habe ich schon gesehen in dem da werde ich mich gleich wieder wahnsinnig darüber aufregen müssen irgendwie ja navi motor habe ich auch installiert garmin navi absolut lässig du kannst es positionieren links rechts gedreht du kannst es auf die windschutzscheibe klatschen links gedreht rechts gedreht wirklich perfekt absolut genial echt in cooler mood ja das machen wir glatt nimm die ausfahrt rechts nimm die ausfahrt rechts zack demonstriere läuft relativ ruhig hinten her jetzt mal sagen Ja, wie gesagt, absolut cooles Fahrzeug, dieser Actrus, der New Actrus. Ich war von Anfang an von dem Fahrzeug wirklich begeistert. Da spreche ich jetzt nicht nur, was es den ETS angeht, sondern auch den echten. Es gibt ja geteilte Meinungen darüber, dass dieser Spiegel weg ist und sozusagen durch diese Kameras versetzt wurde. Ich finde das wirklich innovativ und genial, bringt ja gewisse Features mit, wo du den Arsch vom Auflieger praktisch siehst, weil sich die Kamera dementsprechend mitbewegt, was du mit dem normalen Spiegel ja nicht hast. Hat schon Vorteile, hat möglicherweise auch Nachteile, der ist überhaupt kein Thema, aber wissen die echten LKW-Fahrer unter euch besser wie ich? Oder wer tatsächlich schon mit so einem Teil in Echt gefahren ist? Aber wie gesagt, mir gefällt der ist so schön erzkonservativ, erdkonservativ eigentlich. Und das mag ich. Und die Ausstattung innen, gerade was D-Sport angeht, etc. und so weiter, da diese Tablet-Optik ist einfach cool, wirklich sehr, sehr gelungen. Was auch ganz, ganz lässig ist, ich bin mir nicht sicher, ob man das im Video jetzt erkennt, aber wenn ich den Retarder einschalte, dann ist es wirklich so, dass du das Bremslicht hinten siehst. Muss man beim Spiegel mal aufpassen, wird gleich wieder passieren, dass wir den Retarder einschalten. Oder wir können es ja schnell probieren. So, erste Retarder-Stufe, bringen sofort hinten das Bremslicht. Jetzt ist es, ich schalte mich wieder aus, jetzt ist es wieder weg, wirklich endgeile, endgeiles Feature. Das Feature nennen? Ja, wir nennen es so. So, auf alle Fälle, wir haben relativ viel Glück heute mit dem Wetter. Gestern beim Herfahren Richtung Budapest hat es geschüttet, aber richtig. Genauso wie vergangenen Freitag, wir waren da im Real Life bei einer Geburtstagsfeier. Die Tante von meiner Frau hat 60er gefeiert. Da hat es richtig, aber richtig geschüttet. Also wirklich mit allem drum und dran. Feuerwehreinsätzen, Wehrdurchgangs überhaupt und Hochwasser und ungestützte Bäume, kaputte Stromleitungen. Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Ausfahrt 150imeter. Ausfahrt rechts. Ausfahrt links. Wir haben hier einen Ohrárias Autos ein Fall. Ausfahrt rechts dreaming,iembros. Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Ausfahrt rechts. Mal schauen, ob du an der Desperation die Zeit finden kannst. Schade, seit am zweiten Desperate die Stimme ist. Das ist einfach das Statische. Ich bin mir insofern ein bisschen schwer, weil ich nicht unbedingt dieses klubige Ding da modetweise ständig einschalten möchte. Mal schauen, wie das mit dem Mod ist, ob der tatsächlich nicht mehr funktioniert. Oder vielleicht gibt es einen anderen Routetweiser, der vom Hemil, vielleicht ist da schon irgendwas passiert. Wenn man nicht hundertprozentig sieht, wie schnell der Tom darauf reagiert, wo überhaupt darauf reagiert, dass er diesen Mod nachzieht, schade wär's drum, definitiv. Aber wie gesagt, es könnte jetzt sein, dass das dauert. Aus dem einfachen Grund, weil er momentan nicht wirklich, woran ich das machen werde. Er hat ja gerade wieder einen E-Log herausgebracht über seine Baustelle, über seine Aktivitäten, die er da gerade setzt. Und er hat ja auch gleich zu Beginn im Video dann eben angesprochen, dass er wieder, dass er wird wieder weiter tun. Er wird schon wieder weiter tun, aber es ist die Frage wann. Er hat Projekte momentan, die im Vordergrund stehen. Und er hat natürlich gewisse Herausforderungen mit dem RJ Delmott, der für ihn inzwischen sehr angepasst ist, sehr personalisiert kann man eigentlich sagen. Und das wieder alles auf die nächste Version 1.38 hochzuziehen, das kostet Zeit. Er hat er nicht. Oder er will sie sich dafür nicht nehmen, so muss man es eigentlich behaupten. Und kann man ja auch verstehen. Aber ewig schade um diesen Routed Advisor Mod, wie gesagt. Echt. Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle, er hatte ja diesen Unfall da in Rosten. Und er liegt momentan auch immer noch im Krankenhaus. Aber es geht ihm gut. Und er dürfte eine sehr, sehr gute Betreuung haben. Und da ist auf alle Fälle am Weg der Besserung. So. Ähm. Die Felder sind ja abgeerntet, wie man sieht. Naja. Ja. 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 Ich n' schoss sie auf den Kurs colocar. Ja. Wie, hier war das füs наших Cent? Oh ja. Hey, der geht ins Eisen. Ja, da müssen wir noch durch. Ich kann euch nicht helfen. Sorry. Und so siehst, dass ich reinfahre, du Jod. Brauchst du nicht links überwollen, oder? Aufs Gas drücken, ich fange sicher gleich wieder an zu blinken. Brauch nicht. Na ja, was sage ich denn? Eieieiei. Schönen Ausblick. Wahnsinn. Ja, was bleibt er denn stehen? Hallo. So, stopp. Da muss er fast stehen bleiben, gell? Da. Ja, dann fährt er eben daher. Und ihr stehen bleibt. Und da mit ächere bogersüchtigen Mercedes. Was war denn das? Atego. Wahrscheinlich. Und das ist ein kleines Kraxen. Hat sie immer im Tunnel. Sieht ziemlich stark. Schaut doch cool aus, oder? So. Wee. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Da wird uns der Julian gleich wieder irgendwo mal rügen. Bei einem sehr netter Bursch gibt es ja nichts. Sehr schön in Ordnung. So. Natürlich, wie befürchtet, jetzt geht dieses Dreckswetter wieder an. Und jetzt gehen wir noch einunddreißig. Alles klar. Irgendwo heute bei 15, 15.30 Uhr, so in etwa, Ende der Vorzeit, was wir uns da markiert haben. Da hat er keinen Stress für uns. So, und da wird es auf alle Fälle jetzt zum stehen bleiben. Wir haben einen Grenzenübergang. Bei dem Saubet, da schlechte ich. Wir haben einen Grenzenübergang. Und wieder andere Seite. Wir haben halt da die Papiere raus. Und wieso geht es nicht? Jetzt geht es. Ja, sieh. So, da vorne ist wieder zum stehenbleiben. Und wir sind dann bereits in der Ukraine. Sieht ja vertrauenswürdig aus, die zwei Burschen. So, da sitzt keiner drinnen. Wappen, vielleicht kommen wir oder was auch immer. So, da sind wir. So, da sind wir. So, da werden wir die eben auch wieder einschalten. Die haben wir nämlich jetzt komplett vergessen. So, und wir biegen da links ab. Was machen wir? Was der Aufenthalt in Uzzurot, naja. Die sieht ganz nett aus. Der runtergekommen teilweise aber gut. Und wir mit der A-Säule Ampelsofa. so, da sind wir immer denken, dass wir nicht wissen, wann wir starten können. Und das ist schlecht. So, da sind wir wieder rot. Wir haben heute wirklich die rote Phase. Na ja. Wir sind momentan sehr weit schon lange. oder so und jetzt gehen wir wieder ganz entspannt und relaxed zwei weiterfahrt genießen und also performance mäßig und wir schon so vor als würde sich da was verändert haben so täuscht mich das halleluja also das wäre jetzt bei nahe die hose gegangen so 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 Schöne Gegend, alles grün, wunderbar, so mögen wir das. Schöne Gegend, alles grün, wunderbar, so mögen wir das. Es ist gut. So, was haben wir da für einen Fluss neben uns? Es gibt auch kein Schwein, mindestens ich nicht. Lesen kann ich auch nicht, wo wir sind. Es ist nur ein. 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 Es sieht kein Hahn da für das kleine Stück. Genau, so schau ich aus. Nehmen wir es mal schön runter, dass wir dann wieder voll ins Eisen steigen können. Wir haben den Zug in den Gnall. Wir haben den Zug in den Zug in den Zug. Wir haben die Meinung, dass da im RouteAdvisor die Zeit bis zur Weltkarte ist. Wir haben nur zwei Stunden bis zur Weltkarte, dann ist Pause. Mal aufpassen, dass wir das nicht übersehen und dann haben wir eine Vorzeitüberschreitung. Das wäre natürlich suboptimal. Okay. 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 ... Musik ... Naja gut, bald ist es geschafft für heute, wir haben uns schön die Füße vertreten, einen schönen Kaffee uns gönnen, hoffentlich gibt es dann, zu messen habe ich ja noch was in der Kühlbox hinten drinnen, kein Problem, da versorgt uns ja unsere Frau immer tadellos, langsum langsum. Amen. 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 M-N-N-N-N-D-E-Wort M-N-N-D-E Ich muss noch mal auf die Karten schauen, also das ist ein bissel... Aha. Janifti. 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 Ich bin echt gespannt, ob wir in die Situation kommen, dass wir mit unserem Lodeck-Fahrwerk irgendwo ein Problem bekommen. Ach, müde wäre ich auch schon. Alter. Alter. Geh links rechts abbiegen. Mhm. Wiege nach rechts ab. Bär dankstelle. Links halten und dann links abbiegen. Wiege nach links ab. Die jetzt vor. Wo ist vertreten, da? Im Kaff. ZDF-Werkstätte. Cool aus. Aber jetzt gibt es einmal eine Zeit lang kein neues Fahrzeug. Wir haben jetzt wirklich einen großen Fuhrwerk und das würde ich jetzt behaupten reicht soweit. Bis zum Ersten. Beide! Biege nach rechts ab. Und der Pferd ist eigentlich weg. 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 Das wäre mir nicht so blöd. Nur noch mal auf die Karte. Alles in bester Ordnung. Und der Pferd ist eigentlich weg. 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 Schaut euch das an, was da Kühe draußen sind. Alter Schwede! Da brauchen wir ein Foto. Also das ist ja eine Sensation. Ich glaube, der geht richtig in die Kurven, Alter. Das war ein schöner Antots, oder? Die Zeit ist gleich vorbei, fangen wir mal schnell auf die Uhr, 15.05 Uhr, ja genau, passt gut. Radl los, bauen wir nur einen Stellplatz, gute Nacht, also da kann ich nicht stehen bleiben, das ist ja mein Fitness. Die nächste Linz abbiegen. Biegen ab, links ab. Es ist schlecht zum stehen bleiben. Kann ich da mitten in der Stadt irgendwo mein Zelt aufschlagen? Da kommst du halt da um. Nervös, komm jetzt. Biegen ab, links ab. Abbiegen? Biege nach links ab. Was für verlossene Bude. Die ist verlassen. Komplett leer, schaut euch das an. Komplett leer geräumt. Aber wir riskieren das da jetzt einfach, oder? Würde ich sagen, wir drehen da jetzt einmal um. Langsam, ein wenig greifen. Und wenn wir uns da wieder die Fälle hinziehen. Ich glaube, wir können da was dagegen kommen, oder? Ja. 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 So, so lassen wir es stehen. So, liebe Leute, das war es dann soweit, das Game können wir ausschalten, das war es soweit. Ich danke fürs dabei sein, fürs zusehen, auch eine sehr schöne Aktion und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Kommentar, ein Like, ein Abo, was auch immer da lasst. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung, logischerweise, danke, dass ihr mit dabei wart, danke fürs zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut, tschüss, euer Hermi.